Hallo Yasemin, rief Mama, schau dir unseren kleinen Gast ruhig an, vielleicht hast du ja noch eine Idee, was er mögen könnte. Bo saß neben dem Käfig auf dem Sofa im Wohnzimmer und schaute zusammen mit dem Drachen einen Märchenfilm an. Der Hamsterkäfig erinnerte jetzt eher an einen kleinen Palast. Plastikdinos waren vor einem Berg aus roten Seidenkissen aufgereiht wie ein Hofstaat und ganz oben auf dem Kissenhaufen thronte gemütlich der Drache und sah aus wie die Prinzessin auf der Erbse. Er trug einen winzigen rosa-roten Mantel mit silbernen Stickereien. Das ist ja der Mantel von meiner Prinzessin, Barbie, rief Anja. Bo nickte stolz und stopfte sich eine Handvoll Gummibärchen in den Mund. Er und der Paff am Rauf jüpft dem Drachen nicht mehr kalt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich rumpelstilzchen heiß, kam es aus dem Fernseher. Der Drache kicherte und kuschelte sich noch tiefer in sein Seidenbett. Yasemin lachte und hockte sich direkt vor den Käfig. Ui, der ist ja niedlich, rief sie. Psst, machte der Drache vorwurfsvoll und deutete auf den Fernseher. Rumpelstilzchen. Er kann ja tatsächlich sprechen, flüsterte Yasemin entzückt. Ich dachte, das hättest du erfunden. In diesem Moment kam Mama aus der Küche und brachte einen Teller mit Pfannkuchen für die Mädchen und einen winzigen Napf mit Wasser. Es war der rote Plastikdeckel einer Wasserflasche. Doch für den Drachen war er so groß wie eine Suppenschüssel. Na, hast du wenigstens Durst? Fragte Mama ihn. Der Drache streckte die Arme aus und nahm den Napf hultvoll an sich. Aber statt das Wasser zu trinken, schüttete er es einfach einem der Playmobil-Ritter über den Kopf und setzte sich den roten Napf wie einen Helm auf. Rotkäppchen, verkündete er stolz. Mama seufzte. Für heute haben wir wirklich genug Märchenfilme gesehen, sagte sie. Bo und der Drache beschwerten sich lauthals, als sie die Fernbedienung nahm und den Märchenfilm stoppte. Rumpelkäppchen her, protestierte der Drache. Das heißt doch Rumpelstilchen, du Dumme, verbesserte ihm Bo. Er wollte noch etwas sagen, aber dann grollte es auf einmal so gewaltig und laut, dass alle zusammenzuckten. Ein Blick aus dem Fenster zeigte immer noch den schönsten Wintersonnenschein. Der Draradunger, verkündete Bo. Und so war es auch. Das gewaltige Grollen kam tatsächlich aus dem kleinen Bauch.